Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet, aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Okay, Entschuldigung. Eine exakte Kopie seines Modells, Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, ähm, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich muss mich um die Menschen kümmern. Oh, ähm, Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Okay. Cube, Turret, Box Turret kennen wir auch schon. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich seh dich auf der anderen Seite. Okay. Ist eigentlich im Korridor. Ich seh hier so gut wie nichts. Hier können wir nach drüben gehen. Okay. Moment. Korridor, Korridor. Äh, äh. Moment. Ich hab Angst, dass ich hier runterfalle. Ich seh dich auf der anderen Seite. Ja, wenn ich nur wüsste, welches... Welcher Korridor. Hier haben wir einen... Ich seh so gut wie nichts. Moment, wir gehen nochmal nach unten. Entschuldigung. Hier kann ich soweit auch nichts hinschießen. Ich habe gerade echt das Problem. Hier haben wir eine schöne Tür, die wir nicht öffnen können. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich seh dich auf der anderen Seite. Da oben. Glaube ich. Aha. Ach so. Okay. Dankeschön, dass er auch mal dahin leuchtet. Gut. So. Also manchmal... Hinterfrage ich ja einige Sachen hier. Okay. Auch überhaupt nicht unheimlich hier mit den ganzen... Massenherstellungen. Okay. Ich glaube, wir müssen... Ja. Irgendwo da nach drüben. Hierhin oder hierhin? Hierhin. Okay. Ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein wie sie aussehen. Toll. Ja. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Ja. Nicht wahr. Nicht wahr. Ich bin begeistert. Ach Mensch. Sancho Turret. Hier werden die auch noch verpackt. Naja. Und zum Verkauf wahrscheinlich bereitgestellt. Moment. Now talking. Na großartig. Ich meine, hey. Wer will keine Selbstschussanlage im Garten stehen haben? Das neue Accessoire für den Sommer. Okay. Noch irgendeine Tür. Hier werden die also alle verpackt. Na schön. Das scheint sehr tief zu sein. Och. Endlich wieder Licht. Ach du Heilige. Okay. Wo ist denn unser Kollege? Der scheint schon weiter zu sein. Okay. Na gut. Dann schlendern wir einfach mal weiter. Ich meine, wir sind hier immer noch auf der Flucht eigentlich. Ja. Danke Kollege. Und tschüss. Hier haben wir sogar ein paar Turrets noch. Okay. Schon schön. Moment. Ich kann auch einfach hier langlaufen, oder? Ja. Das scheint zu funktionieren. Ups. Da passen wir doch durch. Nun gut. Nun gut. Da können wir anscheinend auch schon gehen. Moment. Ich gehe mal hier in den Runden. Da werden wir. Okay. Ich glaube. Wir. Bin zu tief, oder? Ja. Da werden wir. Archerized Personal Only Factory. Okay. Aperture. Hm. Wo kommen wir denn hin? Ich warte hier nur darauf, dass Gladys um die Ecke kommt. Ich weiß ja auch nicht, was sie im Schilde führt. Okay. Autorisiertes Personal. Okay. Ah. Was haben wir hier? I hate Mondays. Schön. Nun gut. Irgendwelche Maschinerien. Wie, eh und je. Ich nehme an, wir gehen weiter. Oh. Hm. Okay. Ich glaube. Wie kommen wir denn hier am besten nach drüben? Ja, das sollte gehen. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ja, ich sehe mir das nur mal genauer an. Ich glaube, hier werden die Überreste eingeschmolzen. Okay. Aber ich möchte besser nicht eingeschmolzen werden. Nicht wie mein Companion Cube. Der arme. Der arme Kleine. Oh. Die hier scheint noch aktiv zu sein. Moment. I'm different. Ah, okay. Ich bin mir gerade nur unsicher, wo wir hin sollen. Hier lang weiter? Nee. Ich nehme den mal mit. I'm different. Okay. Langsam wird es gruselig. Oh. Scusi. Okay. Ich glaube, wir sind hier richtig. Mir gefällt das Ganze hier aber nicht. Okay, die Antwort ist unter uns. Ich würde den gerne mitnehmen. Ihr Name ist Caroline. Ihr Name ist Caroline. 14. Wow. Na, großartig. Ach ja, herrlich. Da kommen wir ja. Ich liebe ja den Humor hier. Herrlich. Ja, man kann nicht alles haben. Oh. Das hat wehgetan. Aua. Hier. Schön. Okay, wo kann ich denn hier noch ein zweites Portal setzen? Moment. Däh, 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 däh. Ach, wahrscheinlich. Moment. Aua. Weg hier. Okay. Sollten besser aufpassen. Okay. Ich mag ja die Selbstschussanlagen. Hoch. Oh, die Armen. Hallo. Entschuldigung, ich habe gerade zu viel Spaß. Das war ein Ausbruch. Ich kann nicht sehen. So, Kollege. Okay. Wir gehen mal weiter. Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion langgelegt. Aha. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Ähm, du musst dich umdrehen. Däh. Fertig. Gehackt. Gut gemacht. Vorlage. Antwort. So. Moment, bevor wir das machen. Ich wollte mich hier nochmal kurz umsehen in der Fabrik. Antwort. Aber ich muss echt sagen, ich habe hier meinen Spaß. Mir gefällt das wirklich. Die haben also hier einen Prototypen oder eine Vorlage eben. Vorlage. Antwort. Ist das nicht total ineffizient, dass sie dauerhaft eine Vorlage abscannen und danach eben die... anderen Modelle? Ja. Es ist... Sie tun mir schon leid. Auf der anderen Seite ist es aber echt komisch. Irgendwie makaber. Also irgendwie. Es sind ja Roboter. Aber künstliche Intelligenzen haben auch Gefühle. Manchmal. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Sprecher. Oder auch nicht. Was hast du da? Au. Wir haben doch einen von denen hier. Kollege. Gut, dass ich den mitgenommen habe. Was, was machst du? Oh, perfekt. Das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Okay, der Meisterhälter fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Verhalte die Tür im Auge. Das hier ist ganz schön kompliziert. Okay. Moment, ich wollte mal die Schütztürme hier. Es ist echt herrlich. Alles okay. Ja, ich bin böse. Schön. Okay. Wir gehen mal weiter. Entschuldigung. Ich weiß, ich lasse mir sehr viel Zeit, aber es ist echt herrlich. Wie ist die Tür denn schon auf? Schon seit ein paar Minuten. Ich habe nicht gehört, dass sich die Tür geöffnet hat. Es muss doch ein Zoom oder ein Bahnton oder einen Hacker-Alarm gegeben haben. Nein. Das Wichtigste ist, die Tür ist offen, aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Entschuldigung. Okay. Der Kollege hat sich also hier um alles gekümmert. Und jetzt werden also nur noch die nicht intakten Turrets naja, weitergeleitet. und die intakten werden in den Müll geworfen. Sehr schön. Tja. Nervengiftanlage. Na schön. Aha. Tja, keine Menschenseele mehr. Leider. Nur noch Gladys und die ganzen anderen Maschinen. Bring your daughter 40 Kartoffel-Batterien. Das ist nicht peinlich. Klar, es sind noch Kinder. Aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man ziehen, falls nicht nennen. Potato Power. Ach, schön. Problem. Hypothesis. Materials. Conclusion. Form. Ne, bei Jessica. Ah ja. Okay. Veggie Voltage. Problem. Hypothesis. Materials. Prozedure. Schön. Electricity from a potato. Purpose. Materials. Observation. Yes. Wow. Totally. Data. Hypothesis. Aber schön. Solche Details gefallen mir ja. Muss ich schon sagen. Was haben wir hier? Potato Battery, not a lemon. Oh. Ah, okay. Einmal eine Kartoffel und eine... Zitrone. Oder eine Limone. Okay. Purpose. Materials. Bla, bla, bla. Das kennen wir ja auch schon. Okay. Backpolar-Vulkan. Ja, zumindest ist es keine Kartoffel-Batterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es, aber trotzdem. Make a Volcano. Naja, hey. Ich bitte, das war kein Akademiker-Kind. Ich will ja nicht versenabt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiter-Kindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademiker-Kinder. Nur eben sehr viel dümmer. Ja, okay. Das nehme ich mal so hin. Anything is possible with science. Hm. Na schön. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ach, ist hier eine Kartoffel einfach gesprossen. Durch die Decke gesprießt. Aha. Ich weiß ja nicht, wie lange diese Kartoffel hier war, aber hey. Hey, Tageslicht. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man dem Ganzen hier wirklich vertrauen kann. Ach, du heilige nochmal. Bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Na, wenn du das sagst. Okay. Ach ja, schon herrlich. Was haben wir hier? Neurotoxin. Ach so. Neurotoxin. Source. Die Quelle. Von den toxischen Gasen. Ja, ey. Wird schon passen. Toller Gang hier. Okay. Ich habe ja ein ungutes Gefühl bei der Sache. Aperture. Laboratories. Ja, wir sind immer noch auf der Flucht. Mal sehen, wo das hinführt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Dann gehen wir mal weiter, ne? Okay. Ähm. Ha, ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee wäre, den einfach umzukippen. Ach du Heilige. Ah, ich glaube da oben. Ja, da könnten wir schon mal Portale setzen. Ich habe schon mal ein ungutes Gefühl, was hier auf uns zukommt. Ist das Portal hier noch aktiv? Ich glaube nicht. Na schön. Okay. Hier lang. Hallo. Durch diese Tür geht das auch schon weiter. Und wir müssen irgendwie diese Maschine hier außer Kraft setzen, nehme ich mal an. Aber ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme und melde mich gleich wieder. Nun gut, da machen wir auch direkt weiter. Die Framerate ist in der letzten Aufnahme immer etwas hin und her fluktuiert. Und deswegen habe ich hier nochmal eine kleine Einstellung geändert. Denn Portal kann sich auch Nutzen von der CPU machen, was prinzipiell eigentlich keine schlechte Sache ist. Aber zusammen mit der Aufnahme hat sich das nicht ganz vertragen. Von dem her. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen. Immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Oh. Okay. Ja und jetzt sollte die Framerate wieder laufen. Das sieht schmerzhaft aus. Okay. Ich gehe einfach mal weiter und tue so, als hätte ich das nicht gesehen. Okay. Okay, jetzt sind die Laserstrahlen. Ach, die... zerschneiden hier sogar die Materialien. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh. Das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Oh. Okay. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Gut. Besinnliche Stille also. Gräzenhafte Taste. Oh, Entschuldigung. Stille. Kein Wort mehr. Bewusstes Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sinkt sie herab. Undurchdringliches Schweigen. Ab jetzt. Wenn dir übrigens doch noch was einfällt, dann sag ruhig was. Fühl dich nicht zum Schweigen verpflichtet, nur weil ich besinnliche Stille gesagt habe. Also, wenn dir was einfällt, dann sag es. Aber ansonsten absolute Stille. Und zwar ab jetzt. Schweigen. Ja, okay. Ich drück schon den Knopf. Ach, hey. Okay. Schön. Ja, dann mach mal. Ja, ja. Ich entspann mich. Also, fangen wir an. Lasst die Spiele beginnen. Na schön. Was haben wir denn da? Der könnte noch etwas brauchen. In case of implosion, look directly at implosion. Wow. Welch Sicherheitshinweis. Da steckt wahrscheinlich was elektronisches drin. Okay, was machen wir denn? Würde ich hier nicht in die Tiefe fallen? Ich meine, ich kann hier ein Portal setzen. Aber hier kann ich ja keins setzen. Okay.